Hey Leute, ich bin's Düsseldorf Let's Play und ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir spielen Minecraft Hydra. Dabei ist der Ingenieurs-LP. Hallo. Hallo. Ups, was ist denn los? Dann join mir doch mal schnell auf den Server. Ups, ja. Ich bin schon drauf. Die letzte Folge... Oh, ich war ein Enderman. Wie ist denn das abgekackt? Vor allem auch bei mir. Bei mir ist das einzigste Problem gewesen, ich hab kein Holz mehr. Ich hab auch nur noch drei. Ich muss eh nur wieder in die Oberfläche. Die Aufnahme, die wird kommen, aber halt nur als Commentary. Also ich werd die nachkommentieren, weil die Soundspur von uns allen zu leise war. Oh, ja. Oh mein Gott. Ja. Total. Also wieso hab ich immer so viele FPS? Soll ich dir ein paar FPS schenken? Oh, bitte. Warte, ich... Ich glaube... Ach, der hat die festgelegt auf einfach. Was? Äh, ab 1,8 kann man das ja einstellen. Ähm, und kann man das dann nicht mehr ändern. Äh, warte mal. Hab ich das Servertext tun? Äh, brauchst du noch Eisen? Was ist denn Servertext? Ich hab sechs Eisen. Äh, ich kann dir ein bisschen mitbringen. Ich bin da so ein bisschen schwendabel. Ich hab nämlich ein bisschen... Weil, äh... Oh, direkt La Pizzla zu liefern. Oh nein. Ja, das ist gut. Fürs Verzaubern. Genau. Oh Mann. Ich hab keine Spitzhacke mehr. Ja, ähm... Hier sind wir gestartet. Kannst du mal vielleicht zu mir kommen? Bist du denn? Ja, dann höre ich... Ach, der ist am gleichen Gang, nur weiter runter, ne? Ja. Ja, aber ich bin jetzt auch ein bisschen weitergegangen. Ähm... Zur Information bei mir, meine Aufnahme ist abgekackt. Äh, also abgebrochen, sag ich jetzt mal. Ähm, die ist nämlich in der Mitte einfach... Hat sich einfach, äh, oder einfach abgeschnitten. Vom Aufnahmeprogramm. Du hast ja Kohle liegen gelassen. Kohle hab ich schon 22. Gold liegt ja auch noch rum. Und, ähm... Und deswegen, äh... Oh Mann, ich höre die ganze Zeit einen Enderman. Deswegen muss ich jetzt die Aufnahme nochmal machen. Deswegen bin ich schon ein bisschen weiter. Äh... Ah, da bist du, Gero. Da bist du, Gero. Nein, hier ist ein Skelett. Wo? Oh, ne, Hilfe, 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 Hilfe. Ich sterbe wahrscheinlich. Da darf ich einen... Eintag nicht so... Ich hab noch dreieinhalb Herzen. Ich hab zwei Herzen. Du musst... Ich bin da... Siehst du meinen Namen nicht? Nein! Ich regenerier' nicht mehr, scheiße. Ich bin hier so im Loch. Ich bin eingebaut. Ich hab nur zwei Herzen. Ich hab Zombiefleisch, ja. Ja, hab ich jetzt auch gegessen. Aber ich kann mich trotzdem nicht regenerieren. Ich kann regenerieren, aber nur mit einem halben Herzen. Ich mach mir mal schnell Fackeln. Alter Schwede, ist das gefährlich. Ich hab hier einfach mal 210 FPS. Gerade mal. Du weißt, wie viel das ist. Stimmt. Äh, hast du ein bisschen Rottenflash für mich? Ich hab da eins und das hab ich gegessen. Ich brauch... Ich hab auch... Mir fehlen auch drei Herzen. Hier oben sind richtig viele Zombies. Ist so. Es ist viel härter geworden. Auch da hab da ein 7. Weil das endlich mal ne Herausforderung ist. Hast du schon nen Endermite gesehen? Ja, aber die gibt's ja eh nur im End. Nö, die gibt's auch hier. Gott, was... Die stehen ja, wenn die, äh, Endermänner sich still und deportieren. Wow. Alter, Alter. Boah, Alter, vier Herzen. Ja, ich hab das gehört. Komm mal hoch, bitte zu mir. Bist du? Ach, den Gang hoch? Ja. Äh, nein, 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 nein. Du gehst in die falsche Richtung. Hab ich schon. Ich seh dich, ja? Ich seh deinen Namen. Du siehst meinen Namen. Ich seh deinen auch. Du bist ja ganz oben. Ich hab sechs Herzen. Ja, ich hab vier. Äh, sobald aber Shader rauskommt, werde ich natürlich welche installieren. Äh, oder beziehungsweise sobald Forger rauskommt. Hast du nen Crafting Bench? Ja. Dann bitte ich dich jetzt, äh, zu mir zu kommen und mit deiner Crafting Bench mir die, äh, und Sticks brauche ich halt. Da bist du, Gero, hallo. Hallo, Gero, falsche Richtung. Ich muss mal schnell Eisen abbauen, sorry. Äh, hier kannst du ein bisschen von mir haben, wenn du mal schaussierst. Hast du die Hälfte von mir? Lieg. Da. Hast. Ich hab jetzt Hexen und Dreißig. Oh, hier ist Ländermann. Nicht angreifen. Oh, scheiße, da ist Creeper, der kommt auf mich zu. Kacke, kacke, kacke. Der Nennen ist hinter mir. Glaube ich. Oh Gott. Scheiße, Alter, diese... Sind mal... Hast du mehr... Ach, ich hab noch mehr Workbench. Ich hab noch keine... Nix mehr. Kacke. Ich hab noch zwei Sticks. Kannst du mir vielleicht die... Die geben? Ich hab sogar vier. Sechs hab ich sogar. Ich hab... Ich hab noch ein bisschen Holz. Oh, der Creeper. Nein, 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 nein. Hast du kein Schwert? Doch, Stein. Aber ich hab noch vier Herzen. Creeper sind... Scheiß Creeper, ne? Ja, der kann da nicht hin. Ja. Komm nicht Richtung Gang. Da steht der Creeper. Oh, kacke. Ja, kommst du mal bitte hoch. Ja, ich kann nicht. Da steht der Creeper und ich hab vier Herzen. Ich kann nicht regenerieren. Äh, schlag ihn doch. Geh zurück. Schlag ihn und... Geh zurück und schlag ihn. Ich hab mir alles verloren, zum Glück nur. Komm her, komm jetzt hoch. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Ich brauch dringend Sticks, damit ich mir ein Eisenschwer... Äh... Ach, ich kann mir schon mal einen Ofen machen. Hast recht, dann kann ich mein ganzes Eisenschwerber haben. Ich hab mir einfach mal... Halt vor Augen gelungen, halt. Ja. Äh, wir haben natürlich keinen Timer drin. Sehr professionell. Ja, machen wir halt. Provisorisch. Äh, warte, brauchst du auch ein paar Öfen? Ja, ich hab noch einen von mir. Dann baue ich da mal. Dann baue ich den hier. Genau. Dann baue du den hier. Äh, guck mal, siehst du meinen Skin? Ja, du bist ein Räuber. Nein, ich bin Enderman. Ah ja, recht, ich bin Enderman-Kost. Jetzt guck mal, guck mal, was ich machen kann. Oh, er zieht sich aus. Geil, ne? Und das kann man mit dieser Skin-Anpassung machen. Ja, mit dieser, äh, Dings-Ding-Sin-Anpassung. Jetzt würde ich doch gerne Zombies schnetzeln, weil ich will das Fleisch haben. Oh Mann, ey. Ich mach jetzt erstmal ein Eisenschwert. Ob, hast du einen Stick für mich, damit ich mir auch ein Eisenschwert machen kann? Ja, gut. Hä? Wieso hast du aus meinem Eisen rausgenommen? Du hast aus einem Ofen mein Eisen rausgenommen. Oh, ja. Der Rechtsofen ist meiner. Ja, aber aus dem einem fehlt Eisen. Ach so, ja, dann ist mal der, okay, dann zum Waldquitt. So. Jetzt mal richtig hier eins. Oh, man kriegt richtig viel EP. Ich hab nur richtig Angst, dass unser, äh, dass wir halt, äh, okay. Also hast du mir ins Dicke gegeben? Danke. Äh, hast du noch vielleicht drei Stück? Junge, was willst du damit machen? Ja, ich brauch mal eine Spitzsacke. Ich hab nur auch eine Holzspitzsacke. Ich hab auch nur noch eine Holzspitzsacke. Ja, auf welcher? Warte mal, ich. Du brauchst nur noch zwei dafür. Ja, aber, ach so, ja, du hast mir ja grad eins gegeben. Also ich hab jetzt ein Eisenschwert und werd jetzt auch anfangen, mir schon Eisenrüstung zu machen. Ja, werd ich mich auch machen. Rutzplatte. Rutzplatte. Nummer sechs Stück. Ähm, ja, ähm, Helm. Du weißt, du weißt doch, wie das geht. Klar, weißt du, wie das geht. Du brauchst insgesamt 24. Ja. Ähm, ich mach mir Schuhe. Ich mach als allererstes den Brustkorb. Ja, hab ich ja schon. Also mir fehlt nur ein Helm, aber da bin ich halt von, noch nicht gegen Hedgefonds geschützt. Oh, da liegt Eisen. Ja. Ja. Wie viel war das? Wie viel war das? Meiner. Okay, hier. So, ich werd hier mal das Wasser hier absperren. Ja, das ist, oh, ah, nee. Aber gucken wir jetzt mal dahinter, ob dahinter was ist. Das ist ein langer Gang, der in Richtung oben geht, was mir ganz persönlich passt. Und hier Wasser. Wasser ist abgedreht. Gut. Okay, ich hab's in den Männer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warte, warte erstmal, bis ich equipped bin. Aber ich bin ja auch, guck mal, guck mal hier. Ja. Hast du vielleicht nur zwei Eisen? Hast du, hast du noch zwei Eisen? Übrig am Ende. Wenn ja, weil dann kann ich nicht mit mir noch Schuhe machen. In welcher Höhe sind wir? 32. Ja. Ja, dann kriegst du halt zwei Eisen. Alter, wie viel Eisen hast du? Ja, du hast mir auch gegeben. Und ich hab richtig viel abgebaut. Du hast richtig viel liegen gelassen. Ja, weil ich, äh, oh, nee. Ich hab mir auch... Nein, Zombie, 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 Zombie. Oha. Der war ja nicht grad... Der wollte dich eigentlich angreifen. Danke mir. Ich hab noch fünf Herzen. Ich hab was für dich riskiert. Ich hab auch was für dich riskiert. Jetzt danke mir, gefälligst. Ja, tu ich doch auch. Was willst du noch? Ja, in Geldbeträgen hier 70 Euro, ne? Ja, ja, ne? Dafür hab ich dich gerettet von einem Enderman. Äh, nein, hast du nicht. Hab ich auch nicht. Äh, ich würd gern mal... Oh, nee, da kommt ein Zimbel. Zimbel, 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 Zimbel. Ich habe jetzt Zimbel, ich habe jetzt Zimbel, Zimbel, Zimbel. Alter, ist das eine Spinne? Ach nee, das ist... Kommt da jetzt noch ein... Ey, jetzt kommt noch so ein Zombie. Oha, hier kommen jetzt richtig viele. Nein! Bist du, Junge! Alter, drei Zombies, drei Zombies, drei Zombies, vier Zombies! Ich muss weg. Dann renn weg, Junge. Ich komm... Hier kommen die runter. Ja, da kommt die Zombie. Ah, nee. Oha! Alter! Der hat eine Kartoffel gedroppt. Ja, äh, ist die nicht. Die können wir dann anbauen. Ich weiß. Ich muss es vermehren. Jetzt kann ich regenerieren, geil. Die können wir dann mit Knochenmehl, was ich jetzt schon machen könnte, dann direkt in mehr Kartoffeln umwandeln. Ich habe auch einen Knochen. Das heißt, zwei Knochenmehl oder so. Drei Knochenmehl. Drei sogar, ja. Jetzt habe ich sechs... Man kriegt aus einem Knochen drei Knochenmehl. Wollen wir hochgehen jetzt? Ja, ich muss immer auf meinen Eisen warten. Ich leuchte hier mal alles aus. Sicher ist sicher. Ja, kommen einfach mal vier Zimbel runter. Ich habe jetzt mal erlebt, dass einfach Zombies einfach direkt immer wieder vor mir gespawnt sind, wenn ich es nicht habe. Okay, ich komme... Gehst du hoch? Warte, dann lass dein Eisen, das kann ja keiner klauen. Außer einer bestimmten Person in die Klasse. Ich nehme mal die Öfen mit, ne? Nimm die Öfen mit, genau. Mit der Kohle. Kannst du mir ja die gleich geben. Ja, das wäre jetzt 18 Kohle für dich. Wollen wir uns erstmal ein kleines Haus bauen? Ja, ich würde mich ja nicht gerne in diesen Berg da bauen mit der Lava. Dann würde ich mich gerne in den Lava. Naja, ich würde... Oh, nee, ich glaube, ich höre hier gerade einen Mob. Äh, jetzt erstmal wieder Holz fahren. Oh ja, direkt in den Holz fahren. Ich habe gar keine Axt. Ich muss mir jetzt nur eine Axt machen. Aber ich würde jetzt erst noch nicht so... Ich kann gar nicht... Soll ich dir ja eben eine machen? Nö, ich mache das ja auch nicht aus Eisen. Ich mache die aus Stein. Stein genügt. Soll ich dir eine machen? Ja, kannst du gerne mitmachen. Weil ich mache gerade auch für mich doch eine. Dann kann ich für dich gleich eine mitmachen. So gegen... Ich glaube, so gegen eine Axt, ne? Ja, so gegen eine Axt. Für eine Spinne. Ja, scheiß drauf. Ich habe noch sieben Eisen übrig. Und ich noch zwölf Erz. Übrigens, wir können uns ja hier in Survival... Wir können uns ja seit der 1.8 auch Rüstungsständer machen. Deswegen werde ich mir bald eine Ersatzrüstung machen. Ja. Ja, da habe ich mir eine Schaufel gemacht, die ist schlau. Eine Schaufel kann ich nicht... Ich habe eine Schaufel eingesammelt. Ne, ja, die Schaufel habe ich noch. Die Schaufel kann ich auch behalten. Schaufel kann man auch geboren. Hä? Ich bin hauptsächlich auch auf der Suche nach Dias, Obsidian. Äh, ja, mehr nicht. Weil Dias brauche ich für... Weil ich bin... Und ich möchte halt Bücher. Also Zuckerrohr brauche ich. Weil, äh... Kannst du dir denken, ein Engie-Table. Weil ich habe jetzt schon ein bisschen, äh... Ein paar, äh... Und eine Schmiede machen. Äh, ich würde aber den Zauberungsraum und die Schmiede in einen Raum bauen. Ja. Weil das wäre... Oh, ne... Oh, ne, Skelette. Skelette, 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 Skelette. Oha, mich hat gerade einer abgetroffen. Aber ich habe Knochen. Da ist noch eins. Ich kill das. Alter, wie... Ach, die... Die stehen unter den Bäumen, deswegen verbreiten sie sich. Oha, leck das. Äh, ich wollte mein Haus aber aus Birke machen, deswegen farm ich jetzt auch ein paar Birke. Ein bisschen Birke. Ja, ich brauche erstmal meinen Innenraum. Weil ich will ich auch so Diorit-Granit-Zeug jetzt diesmal machen. Ich will das mal ausprobieren. Weil ich bin... Ich will, äh, eher auf Birke setzen, weil es gibt ja... Weil es gibt ja jetzt auch Birken, Fichten, alles an Türen. Ja. Was ich ziemlich geil finde. Ich habe sogar jetzt schon das Backs für 1.8 installiert. Das Backs, da habe ich doch für die 1.6. Ja, installiert doch mal neue. Ja, hab keinen Bock. Also ich, sobald... Ich weiß ja, außer das 1.8, dann lohnt es sich, weil, äh, es sind so 3D... Da sind so viel, da sind so viele Sachen hinzugefügt worden. Ich finde es gut, dass die, äh, die, äh, die Türen nicht einfach so gemacht haben, wie die Eichenholztüren, aber eine andere Farbe. Das finde ich gut. Dass sie so Holzfäller haben und so eine... Die Tropenholztür kannst du am besten verwenden für den Strand. Ja, und ich würde doch gerne jetzt Zombies haben, weil ich habe Hunger. Ja, ich würde am letzten jetzt einfach Tiere haben, oder du kannst einfach deine Karotten mal anbauen. Ah, deine Kartoffel. Kartoffel. Meine, ach du meinst mal, aha. Äh, wo bist du? Ich bin im Wald. Ich würde das gerne mit dir zusammen machen. Hm, ich renn zu dir. Ich muss noch stehen. Ja, warte mal, ich muss gerade zur Werkbank da vorne und ich kann nicht mehr lange rennen. Ich hab nur noch... Ja, das ist ein Apfel. Oh, Mann. Das bringt zwei Unterbalken nur. Ja, besser als nix. 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 Ich mach das ja per... Ja, ja, ja. Ja, okay, wenn wir Knochenmehl haben. Ich hab auch noch... Äh, so ist eine Kartoffel fertig, ne? Ja. Okay, gut. So, und jetzt pflanzen wir wieder eine an. Und dann wird's jetzt... Äh, warte. Schnello Bambino gemacht. Wie viele Knochen hast du insgesamt? Ich hab noch ein bisschen. Ich hab auch noch drei. Das heißt, ich kann's auch noch zuschicken. Da hast du jetzt nochmal drei und... Äh, ups, ist es weggegangen. Ja, weil es nicht bewässert wird. Deswegen geht's dann weg. Oh, wie viele... Ey, wir müssen den Wald an. Wir nach wieder an. Ne, wir pflanzen ihn nicht an. Hier können wir unsere Stadt dann hinmachen. Wenn wir das abgeholzt haben. So, ich hab neun Kartoffeln und nichts davon essen. Weil wir werden die jetzt in den Ofen tun. Weil Kartoffeln machen ohne Ofen richtig wenig. Äh, guck mal. Ich mach, ich muss nochmal ein Screenshot. Warte, kannst du mal eben die Öfen machen? Ich muss nochmal ein Screenshot machen. Von der Kartoffel. Warte, ich muss von dir... Möchte ich auch nochmal ein Screenshot, damit wir so... So, bist du mit im Bild? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, bleib mal stehen. Ich muss nebeneinander, okay? Ich muss ein Thumbnail machen. F1 und dann F2. Okay. Ich hab mein Screen... Ja. Warte, bleib mal so stehen. Ach, du hast noch keins? Ne. Warte, nochmal F1. Guck, guck in meine Richtung. Guckst du nicht? So, und jetzt? Ähm. Gut, das hab ich ungefähr jetzt insgesamt drei Screenshots gemacht, zur Sicherheit. Ähm, Backofen. Also eine Kartoffel behalte ich immer zum Anpflanzen nochmal. Ja, ich hab auch eine Kartoffel im Inventar. Äh, kannst du die Öfen mal platzieren? Ja, kann ich mal. Oder zumindest zwei Öfen reichen. Äh, kannst du mir die Kohle eben geben? Die was? Ah, die Kohle. Ich hab 57. Ach ja, von dir sind es 18 Stück. Aber da wir ja eh zusammenspielen, ist das ja eigentlich ziemlich unnütz, das alles zu sortieren. So, ich hau da. Äh, ich nehm hier die zwei Öfen hier. Ich nehm den hier und den hier. Siehst du? Ey, meine Holzsachen können dich noch verbrennen. Meine Holzsachen ist auch so. Genau, hast recht. Äh, mein Holzschwert könnte ich verbrennen. Ich hab direkt ein Steinschwert gemacht, weil es sich nicht lohnt. Erst ein Holzschwert und dann direkt ein Steinschwert zu machen. So, und dann verbrenne ich hier meine Holzspitzhacke. So. Aber die jetzt... Ey, ich hab insgesamt 19 Setzlinge. Ich hab insgesamt, ja, neun. Ich werd hier ja bald auch... Also ich hab meine erste Ofen Kartoffel und Essen! Ja, wann, wo willst du denn die Aufnahme beenden? Ja, gleich würde ich sagen, wenn wir... Ja, würde ich auch sagen, ne? Wenn die Kartoffeln durch sind, weil ich hab keinen Bock, dass wir gleich, äh... Ja, dass halt gleich, ähm... Dass halt jemand anders gleich aufnimmt und uns dann die Kartoffeln mollockelt. Kannst mir auch noch ein paar geben. Mir fehlen zwei, vier, sechs Hunderkollen. Kann grad nicht. Ich warte erst mal, bis das wieder... Ja, ich will jetzt Regen eigentlich auch, äh, bam. Und jetzt kann ich die wieder regenerieren. Da ist nix mehr. Und da ist noch ne Bratenkartoffel. Äh, wie viel brauchst du? Ähm, er sieht zwei. Ich glaube, ich baue mir hier jetzt aber so schnell noch ein Feld an. Äh, Wasser, ja, scheiß erst mal. Ja, ich baue das schon... Ich baue mir schon mal so einen Umkreis. Warte, wir hatten doch hier in der Nähe Wasser. Dann können wir das doch am Wasser machen. Na. So zerspringt das doch. Das macht keinen Sinn. Ja, aber wir sehen ja das Gebiet, was Erde ist und nicht Gras. Und deswegen... So, und jetzt würde ich sagen, wir disconnecten. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt den Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.